Wir bei ASML sind Teil des Fortschritts. Wir stellen die Maschinen her, mit denen unsere Kunden Computerships drucken, die einige der größten Herausforderungen der Menschheit lösen. Wir setzen uns bei unseren Herausforderungen keine Grenzen, wir hinterfragen unsere Grenzen. Denn je kleiner der Chip, desto größer sind die Möglichkeiten in der Raumfahrttechnik, in der Zukunft der Mobilität oder ganz einfach bei der Verbesserung der Dinge, die wir täglich benutzen, von enormem Wert zu sein. Bei ASML ist niemand so schlau wie wir alle zusammen. Wir glauben an kollektive Kreativität, mit Raum für persönliche Verbesserungen, individuelles Engagement für eine Gruppenleistung. Das ist es, was ein Team zum Erfolg führt. Das ist der Weg zu den besten Ideen, zu unerwarteten, bahnbrechenden Lösungen. Bei ASML kümmern wir uns umeinander. Wir alle haben unterschiedliche Hintergründe, wir haben unterschiedliche Perspektiven, doch gerade diese Unterschiede sind es, die den Unterschied ausmachen. Du treibst unsere Innovation voran und prägst unsere einzigartige Kultur. Bei ASML kannst du dein Potenzial voll ausschöpfen. Hier kannst du Teil des Fortschritts sein. Be part of progress.